So, ganz vorsichtig heißt das nächste Level bei PixelJunk, äh, Shooter Ultimate. Willkommen zurück damit und herzlich willkommen. Ich bin wieder euer Ref-Reflex. Uh. Das Level sieht ja schon sehr vielversprechend aus. Den ganzen Minen. Und direkt ein Bonus-Level gefunden. Ja, das freut doch das Herz. Das ist doch super, das ist doch... Ja, die Bomben lassen wir mal ein bisschen in Ruhe. Gucken wir mal, dass wir die vielleicht mal... Uaaaaaaii. Ganz vorsichtig. Boom. Da ist ein Diamant, der uns entgegenkommt. Wir haben einen von unseren... Uuuh, Kollegen verloren. Wig, 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 wig. Uaaah. 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 So. Wollen wir doch mal gucken, ob wir vielleicht doch nochmal den letzten Diamanten hier finden. Uaaah. Da ist er. Ähm... Ich frage mich gerade, wo nochmal der Ausgang war. Der wurde mit gra... Hä? Was war... Was war... Was war das? Was war denn das? Hallo? Was war das? Hallo? Was... Was war das? Warum bin ich dort gestorben? Hallo? Oho. Kann mir das mal einer... Ich glaube, das muss ich mir in der Folge nochmal anschauen, warum ich da gestorben bin. In Ruhe. Also ich war mir da ziemlich sicher, dass da... Uaaah. Dass da nichts gewesen ist. Da war ich mir ziemlich sicher, dass da nichts war. Vielleicht kann ich mich aber auch irren. Ich muss... Wenn ich die Folge hochlade, muss ich mir die nochmal angucken in Ruhe. Aber ich war mir da ziemlich sicher eigentlich. Was das angeht. Gut. Vielleicht macht er auch Lava gelegen haben. Ich weiß es nicht. Stoßen wir die Lava mal da drüben rüber. Jetzt schaue ich mal hier. Nee. Okay. Naja. 100 Sternchen haben wir gesammelt. Wahnsinn. Bis jetzt. Okay. Dann müssen wir uns wieder in den Magmaanzug stürzen. Quetsche uns da mal durch. Da ist ein Diamant. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Ein Geheimlevel? Nein. Kein geheimer Bereich. So sag ich eigentlich immer Geheimlevel. Ist doch gar kein Geheimlevel. Uaaah. 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 Boom. Wo kommt das Klavier jetzt her? Und wo müssen wir jetzt lang? Ähm. Ja. Ich glaube irgendwas sehe ich hier wieder nicht. Kann das sein? Aber da sterbe ich doch da drin. Oder bin ich jetzt? Ich glaube ich bin schon wieder zu dämlich irgendwas zu sehen. Aber was? Was übersehe ich denn schon wieder hier? Aber ich kann doch nicht einfach in die Lava reinfliegen. Nee. Boom. Ist nicht Sinn der Sache. Aber da unten kann man durch. Aber die Frage ist wie. Oder kann man sich hier oben nochmal umbauen lassen? Nee. Das geht sofort weg. Okay. Mal gleich nochmal gucken. Mal gleich nochmal nachschauen. Mal gleich nochmal nachschauen. Uaaah. Uaaah. Das geht leider nicht. Anscheinend funktioniert das nicht. Aber wie dann? Hä? Aber hier verbrennen wir doch. Da unten können wir nicht durchschießen. Das geht nicht. Äh. Ja, Leute. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Das. Was? Was sehe ich denn hier nicht? Oder muss ich hier irgendwie? Ach, ich. Ah, ich weiß. Ah, ja. Jetzt leuchtet es mir ein. Ich muss das Wasser umleiten. Ja. Ich muss das Wasser umleiten. Ja, jetzt leuchtet es mir ein. Jetzt leuchtet es mir ein. Da hätte ich auch selber drauf kommen können. Eigentlich schon viel früher. Naja. Inhalt der Reflex. Ich brauche halt ab und zu ein wenig länger. Um es zu sehen. Ja, dann funktioniert es natürlich auch. Logische Schlussfolgerung. Das kann ein bisschen dauern. Ja. Puh. Mein Gott. War das wieder spannend in der Let's Play Live Show. Am Freitagabend, den 20. Juni. Unglaublich. Hatten wir wieder eine Menge Spaß gehabt. So. Weiter geht's. Erstmal die Männchen retten, bevor wir jetzt irgendwas hier machen. Und was willst du von mir? Du stirbst jetzt. Zack. Weg ist er. Wir haben ja alle, ne? Oh, da unten müssen wir aufpassen. Da ist einer von unseren Kollegen. Den dürfen wir natürlich nicht verglühen. Oder verbrennen. Und ein Level Up ist auch noch. Das heißt, wir kriegen das Männchen. Ah, jetzt weiß ich auch, was das Level Up bedeutet. Ich hab's jetzt gesehen am unteren Bildschirmrand. Und zwar bekommen wir dann da, äh, das Männchen, was wir verloren haben. Also, was wir getötet haben, bekommen wir dann wieder. Und jetzt verstehe ich's natürlich auch. Das macht's auch Sinn. Irgendeiner grillt hier gerade draußen. Es sind mittlerweile so um die 20 Grad, 25, 26 Grad. Und der Ball kommt hier auf und ist, ah, riech nach frischen Würstchen auf dem Rast. Ja, heute spielt er Deutschland. Am 21. Wir haben ja den 21. Juni. Uh, 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 uh. Uh, war das knapp. Hallo? Und mein Tipp ist 2-1. Explodiert jetzt? Nein. Okay, man muss außerhalb des Radios bleiben. Wow. Wow. Oh, da unten ist ein Kollege von uns. Den wir ganz schnell retten werden. Mit Fähnchen. Wer ist denn das? Schauen wir mal. Andy! Hi, Andy! Diese Kreaturen. Es, es scheint, als ob es mehr von ihnen gibt. Je tiefer wir gehen. Sie sind aber erst seit dem Erdbeben aufgetaucht. Ich frage mich, ob die Bedrohungen weitergehen könnten. Äh, können. Entschuldigung. Ich frage mich, ob die anderen überhaupt noch am lieben sind. Andy. Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht beantworten. Uh, das ist fies. Das ist fies. Das ist wie bei den Film... Wow, das ist wie bei den Film Alien. Wie bei dem Film Alien. Einmal berühren. Alles wacht auf. Oh, ein Diamant. Sehr schön. Aber wir haben doch schon zwei, oder? Habe ich mich da vorhin verguckt? Ich glaube, wir haben uns verguckt. Ich möchte mich trotzdem nochmal umschauen. Vielleicht haben wir doch irgendwo was vergessen. Irgendwie an Diamanten. Ne. Ah, doch da. Wusste ich's doch. Weil die anderen können wir gar nicht. Wir haben gar keine... Äh... Rüstung für dieses Eis. So. Gehen wir mal weiter. Ab ins nächste Level. Wahrscheinlich auch schon Finallevel, glaube ich. Ja, jetzt. Jetzt bekommen wir das. Den Magmaanzug. Meine ich ja. Mal ganz schnell erstmal die Passanten retten. So. Weiter geht's. Puh, das ist gefährlich. Das ist ganz schön gefährlich, was wir hier treiben. Wow. Wow. Brandgefährlich, was wir hier machen. Wow. Nein, 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 nein. Wow. Nein, 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 nein. Ah. Wenn man den noch eine gewisse Zeit in der Luft hält und nicht auf dem Boden aufkracht, dann kann man es schaffen zu überleben. Das ist aber nicht einfach. So, dann schauen wir mal. Dass wir das Level jetzt ein bisschen besser hinbekommen. Will ja keinen von unseren Kollegen hier verlieren. Na, willst du wohl da durchpassen? So dick sind wir doch auch nicht, oder? So. Ich versprühe hier die Lava wie so ein Welt... Oha, nein, nein, nein. Wie so ein Weltmeister. Ach, verdammt. Ich glaube, diese Folge wird Überlinge haben. Geh ich mal von aus. Vielleicht auch nicht, schauen wir mal. Aber ist mir auch egal, weil ich muss die Folgen ja nicht unbedingt haargenau 15 Minuten machen. Wenn es genau hinkommt mit dem Ende des Levels, weil es passt ja so schön immer mit den Leveln, dann ist es natürlich super. Aber ansonsten brauche ich es nicht... Oha, nein. Das ist aber auch gemein, da diese Ecke. Das... Oh. Das gibt es doch nicht dieser Faschistenverein da. Mann. Dieser Faschistenverein von gruseligen Monstern, die da in der Höhle warten auf uns. So, den haben wir schon mal schön von oben erledigt gehabt. Jetzt warte ich erstmal, bis das alles weg ist. Jawohl. So. Sehr schön. Den sammeln wir auch noch ein. Wunderbar. Wir haben ja auch keinen Schutzschild momentan. Jetzt gehen wir aber auf den Sender. Mann. Gibt es denn sowas? Na, hier wird doch irgendwas drunter sein. Das sieht mir doch förmlich danach aus. Ja, da ist doch schon der Diamant. Wir nehmen ihn ja auch auf dann. So, ich glaube auch mehr ist er auch, glaube ich, nicht. So, hier. Hallo. Hallo. Okay. Eine unsichtbare Wand. Naja. Wenn da noch was hinter ist. Vielleicht hier noch was hinter? Nee, doch nicht. Ja, die Folge hat definitiv über Länge. So. Aber ist mir auch, wie gesagt, ist mir auch relativ, relativ egal. Denn, ich bin da nicht gezwungen zu. Ich muss nur gleich meinen Wecker umstellen. Also, beziehungsweise meinen Wecker ausschalten. Nicht, dass er anfängt zu piepen hier. So wie in der Einfolge. Wow, 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 wow. Gar nicht gut. Ist hier ein Diamant drunter? Ja. Ja, jetzt haben wir aber schon ein Problem, denn... Jetzt kommen wir hier nicht mehr weiter, oder wie sie... Äh... Ja, gut. Das, äh, war nicht so geplant. Hab ich mir jetzt echt ein eigenes... Hab ich mir ein Eigentor geschossen? Hab ich mir jetzt echt ein Eigentor geschossen? Mit der ganzen... Oh. Ich sollte vielleicht mal die Uhr ausmachen. Ich hab mir, glaub ich, tatsächlich nicht ein Eigentor geschossen. Ich lass mich mal sterben. Boom. Ich glaub, ich muss erst unten lang. Ich glaub, ich muss erst unten lang, wenn ich das richtig gesehen habe. Wenn ich das richtig gesehen habe, ich muss erst unten lang erstmal hier jetzt den Diamanten mitnehmen. Damit wir den schon mal haben. So. Dann erst hier lang gehen. Die Kollegen mitnehmen. Dann hier aufräumen und gucken, ob hier ein Diamant ist. Und ganz zum Schluss ihn da oben retten. Oder die Lava hier lang fließen lassen. Das würde natürlich auch gehen. Einfach hier oben durch. Hier. Genau. Wenn das möglich wäre. Einfach hier lang fließen lassen, die Lava. Ja, das wäre doch schon mal eine geile, geile Idee. Aber das funktioniert auch nicht. Oder? Oh, das wird so heiß hier. Das wird so heiß hier. Wow, wow, wow. Puh. Ja, 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 ich rette dich. Kein Thema. Oh ja. Das ist mit ein bisschen durchdachtes Denken. Konnten wir da angehen. Aber wir haben es wacker geschafft. Das heißt für uns. Jawohl. Level erledigt. Und, äh, ja, mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und wir haben natürlich den nächsten Mai freigeschaltet. Aber wir müssen auch, ähm, beim Eis-Level, ihr seht's, in das Level heiß und kalt. Und da wird uns wahrscheinlich wieder ein Endgegner erwarten oder ein Zwischenboss. Ich weiß es nicht. Äh, schaltet auch wieder ein, wenn es das nächste Mal wieder heißt. Pixel Junk. Ja, mit Reflex. Macht's gut. Ciao.